und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge wieder sich den Karrieremodus hoffentlich mal ach der Reus ist mal wieder gesund der darf mal wieder spielen der Dante, die Dante darf mal äh muss in die Mitte kommen mein lieber Freund Hummels soll da drum spielen ne Piszczek, Hummels muss mal auf die linke Position so und dann haben wir ein schönes ZMchen da kommt dann wieder Alonso hin der Volland darf auch mal spielen wieder oh Vegetarier darf auch wieder an Götze Dings hat auch schon bei uns ein Tor auch im Volland Götze Klub auch schon Götze auch schon, genau guck mal Ramos ist eigentlich 78 KI und bei uns in der Karriere ist er 77 wir sind ja echt noch Hochstufen oh guck mal Volland muss da auch mit spielen tschüss dann haben wir besser ist beim Bälle verteilt so n n n n n n n n ich habe mich ein bisschen verdrückt ich bin ich bin ich bin ach so warte mal ich wollte noch kurz ganz kurz die Schweres kaufen kann gut da nicht mal gibt es ganz viel mal gibt gar nichts das ist immer tricky mäßig gestern ich cd geklickt cd in die bayern münchen trikos aber aber bis jetzt habe ich in bayern münchen ganz schön viel ich auch schon gehabt also diese reine von sind nicht so schlecht ich habe es war nie guckte doch mal bitte wo wir gehen nun waren die gitarren ich bin dort tschech alter ich sage ich meine dazu nix Babbeloompa FC Och ne Och man du bist ein Klon Alter Da machst du zweite Halbzeit, ey das kann doch nicht wahr sein Sie vergessen wir das immer Jedes Mal Dann machst du jetzt scheiß zweite Halbzeit, das kann doch nicht wahr sein Der haben wir nicht mitreden Ne, das ist doch scheiße Was ist? Was ist ja nicht drin? Was ist das? Was ist das? Das ist okay Oh, malic in der Fall Das ist ja Das ist ja Wicke 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 Oh, ich bin der Fall Wicke vier Leute liegen nach Hamburg keiner mehr nicht so mein Freund ich stelle mich davor was oh guck mal ich hab auch gar nichts legt ihn rüber meine Fresse ich schlafe ihn ein drinne ne 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 um verbirgung für den Gegner er hat es auch er ist er hat das auch alles was sagen wird über sie ab und das ist ehemalig diesen der spiel des Bergfonds egal was man macht egal in welche Richtung er so niemals sauberer Döder Nino 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 nicht so mein Freund auch und alles weiter so ein Dreckskopf war er ganz ehrlich und jetzt kommt er gar nicht zum Zuge er sollte er springen hey doch ein Vorbild hier oder was sag mal ihr seid doch bekloppt mein Gott ey die 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 schon wieder aber die verbindung ist schlechtes zum gegner drinnen nicht das passt auch dritte auch selbst mal angeschossen sein eigener spieler näher an das war kein vorn und kai k k k k Alter. Alter. Das ist richtig. Das ist richtig beschert. Alter. Alter. Meine Fresse. Nein, mein Freund nicht mit mir. Nimm mal diese gleiche Kombi, Alter. Alter, wie mir juckt's. Zauber seid ihr doch nicht. Renneroy's. 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 Alter. Alter. Ach guck, der liegt da am Boden. Schön kuschelig. Ey, guck's dir an. So, hat deine Oma und Oma was abgekriegt. Mann, geh doch mal ran da. Rana, Rana, Hummels. Oh, perfekte Anlegung. Kann man es auch machen? Ah, so nicht. Der fährt abseits. Du willst mich verraschen jetzt, oder? Ja. Das juckt mich so gar nicht, ob das abseits ist, oder nicht. Das war auch perfekt. Naja, mein Freund. Ach, komm. Jetzt das Haarflor. Jetzt das Haarflor. Jetzt das Haarflor mal was machen. Oh, oh, oh. Seh ich nur. Wird wieder gefährlich werden hier. Ist aber auch. 5.000 Jahre später. Wenn der nicht drückt, dann rückt der nicht. Ich bin mal gespannt, was aus der 1-0 Führung aus ihm wird. Ob es mir noch ein Ausgleich kommt, oder 3-4-0. 4-0. Oh, total. Na gut, stark spielt er schon mal. Das ist kein Abseits. Oh, Alter. Wie nehmen die denn die Bälle mit? Das ist das Amtliche sie überhaupt. Ich muss noch mal die Bälle mitnehmen. Ja. Hä? Was war das für eine Abwehr jetzt? Ich glaube, ich weiß es nicht. Oh, wir haben das illegalen gestoppt. Und jetzt muss es eigentlich abseits sein. Da kann ich sogar schon mal. Da sag ich schon mal. Oh. Oh. Jetzt hat er sogar sein. Oh. das Mikro an. Staunigerweise. Da kann ich wissen, was er sagt. Und aktuell noch nicht. Ich will auch nicht wissen. Ich will's auch. Och, nee, komm, leck mich am Arsch. Warum? Naja. Ich sag dir nach der. Nach dem Spiel sage ich dir mal was. Trafler. Unbedingt. Das wäre sehr nice. Weil, ich hab echt. Auch mein Gott bin ich zufrieden, dass ich hier nicht. Wenn ich das so hören würde hier. Würde ich Angst kriegen. Dass ich da höre, dass er wirklich brutal Angst. Aber das ich mich nicht sch. Scheiß drauf. Ist mir noch egal. Ja, na ja, Gott, saß. Passt schon. Jaja. Direkt bei Genü. Wollziehen außen. Gehe. Oh, sei coast�� Dark 올�sch. Oh, was geht's mir auf. reihe aber heute kann sie sagen was er will treu ist es im fieber nicht die perfekte person zurzeit aber haben was ist auch viel besser und mal wie stark wird das abwehrt das war schlecht gemacht alter tschicht kommen halt die fresse jungen 6 6 du mit einer scheiß du mit der scheiß helden ganz ehrlich vor allem wie dumm es gibt der es gibt mit der ist so oft im team der woche drin gewesen bis jetzt schon der fändige specials das ist normal doch gerade ich bin auch im Ball weg oder was um ein gut 0 ich will hinlegen feld anscheinend wenn nicht einige maria du spielst ja wie die erste nummer 1 na gut ist nur 0 1 da kann sie noch umgekehrt wenn du das verlierst das war nicht zu krass geworden kann man kann man auch stoff scheißen auf die diese kleine niederlage und schätze mal wie sowieso wie es die fahrt gerne möchte wird sie auch wieder 1 1 gehen weil das spielst du da so wieder gedreht so wie es im spiel geschehen ist von fieler der fände bei das meistern ab dann gibt es immer gute bälle warum auch wenn gruselern tschicht kommen gehen auch sehr gut weiß ach so die hat auch mit die tausend vertreibt oder der ist drin oh mein gott oh mein gottes will ist das gibt das ist so richtig brutal alter so richtig brutal der will so übelst einfach nur ein paar Tore schießen was er einfach nicht schafft die Abwehr des FC Bayern München steht's ja komm lass uns lassen rumheulen was schön der FC Bayern München den macht er mit Oberbürgern na mach Goats Variante oder ne geht rein ja 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 weißt du ist doch klar dass er den wir sind nicht der Wende des Wiedes wenn es hier sind wenn er sind wenn er will er ist hier ist noch er kann selbst eine neue neue die bis jahre sind die nicht mehr halten muss man ja gut ich will ja mein Gott und und die Kinochweizer war sowieso die Kinochweizer und und freund das Kind Lanke weiter und die Böckchen Liga Flügel Manchester das ist sein und dann geschlecht drauf Prozent wie auch scheinen Prozent Prozent bei der G3 um der war schlecht die nachmachverfolgt hier vor allem Hartzett aber es ist offen wie jeder von uns hat in den Kassen gekriegt also gut was noch ein paar bessere Aktionen gesetzt zum Beispiel so was das habe ich leider nicht in den Krieg besetzt aber gut nächstes mal spielen wir wieder zusammen dann vergessen wir es nicht und jetzt wollte ich noch dazu sagen meine Freunde das wollte ich noch sagen du wirst nicht glauben es war ein deutscher weil ich habe so gesehen so der hat sein Mikro angesteckt der hat so gesagt was ist denn das los? ganz schnell und ich habe ein bisschen dabei verunsichert weil wenn man sagt das macht dann macht das nicht eigentlich das hätte ich nicht gedacht aber ne ist nur 2-0 meine Freunde wir haben alles noch im Betto wir können doch aufsteigen wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen und du bist dann blau total blau total 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 blau und dann würde ich sagen meine lieben Freunde wir sehen uns schon wieder in der nächsten Folge und in der nächsten Wäsche sehen wir uns auch mal noch bis dann Tschüssi Tschüssi danke danke ượά